Nummer 21 Sox11 Dieser dunkelbraune Wallach, geboren im Jahr 2018, erst 1,63 Meter im Stockmaß gemessen. Er stammt ab von Staccato Gold, Kidam de Revelle, Cento. Sox11 zeigt sich als Springnachwuchs mit guter Arbeitseinstellung, Vermögen und Kraft. Bei der Arbeit bereitet er seinem Reiter täglich Freude. Aus der ersten Generation seines Mutterstands ist die Kito von Diamant de Simili, 1,40 Meter erfolgreich mit Julius Zandt. Aus der zweiten Generation Puma von Kidam de Revelle, international 1,45 Meter erfolgreich unter Maximiliane Ruppert. Aus der dritten Generation ist Blackjack von Escudo 1, international 1,60 Meter erfolgreich mit David Will, sowie die 1,45 Meter erfolgreichen Springpferde Centora von Cento. unter Marguerite Molay und Zambuca von Singular La Silla mit Thibaut Turon. Aus dem weiteren Mutterstamm ist Lucius de la Morte von Staccato, international 1,50 Meter erfolgreich unter dem Satte von Jeffrey Bure. Lot number 21, Sox11. This Dark Bay Gelding is born in 2018. He is 16 hands high. He is by Staccato Gold, Kidam de Revelle, Cento. Sox11 shows himself as a jumping offspring, with a good working attitude, scope and power. At work, he gives his rider pleasure every day. Bis zum nächsten Mal.